wir werden jetzt den christmas tree wieder aufbauen weil wir haben heute den 11 12 13 november an den baum war jetzt auf so sieht er vorher aus taylor wird mir helfen wahrscheinlich den gleich wieder abzubauen und ihr seht das ganze in einer zeitraffer dann nähert sie sich schon an ornament ist wichtig und jetzt kommt die zeitraffer da 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 unterbrechung des christmas tree schmückens für eine sondersendung es hat soeben angefangen mit schneiden wie man sieht vielleicht sieht schneidet es schneidet es schneidet es schneidet sie ja musste ich das jetzt kurz unterbrechen es schneidet es schneidet talen ist sich noch ein wenig unsicher ist es cool oder kalt oder leck mich doch aber dass sie kanadierin ist wird sie sich denken warum freuen die sich solche schneidet es ständig haley probiert sie mit dem mund zu fangen und zu essen sicher der läuft doch der silky der silky rooster da ist er drin war nicht der silky das war ein anderer das ist doch der alte oder der 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 den der 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 den Und mit dem Cotton. Was ist das? Wir haben ein Licht und ein Angel auf dem Topf. Und dann haben wir ein Santa. Oh! Sorry, es ist dark. Wann sehen wir den most beautiful ornamenten ever, das mein Dad called ugly this morning? Das ist schön. Das ist nicht ugly. Das ist Money Stocking. Das heißt Oma, das heißt Grandma. Das heißt Oma, das heißt Grandpa. Das ist Thomas. Und da ist supposed to be one there. Das ist nicht. Und dann... Wir haben mein Stocking. Das heißt Haley. H-A-Y-L-E-Y. Wenn du mein Name falsch bist, fix das. Und dann haben wir ein kleines Untertitelung des ZDF, 2020